Wie kannst du erfolgreich in deine neue Position hinein starten? Du schießt mal nicht alles über den Haufen, das ist schon mal der erste tolle Tipp sozusagen. Der zweite Tipp wäre, für alles in deinem menschlichen Ton wird es vorteilhaft sein, wenn du einfach ein bisschen offen bist für Neues, wenn du durchaus auch offen bist für Veränderungen, wenn du offen bist für Feedback. Es heißt ja nicht, dass du alles, was du irgendwie als Feedback bekommst, sofort umsetzen sollst oder dass du das alles tun sollst etc. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, einmal diesen Fluss an Informationen und der Kommunikation aufzubauen und aufrecht zu halten und dann jedes Mal für sich selber zu entscheiden, aha, das ist eine Information, die finde ich sehr gut, aha, das ist eine Information, die sehe ich anders, aha, das möchte ich mir zu Herzen nehmen, und das möchte ich wirklich ändern in dem, wie ich arbeite, in dem, wie ich tue, vielleicht sogar manchmal, wie ich mein Menschenbild gestalten möchte und natürlich alles, was rund um die Haltung zu Führungsfragen, zu Mitarbeiterführung, zu, weiß ich nicht, raus zu den Kunden etc. Also es gibt ja so viele Ebenen, die das dann betrifft. Und damit, glaube ich, bietet man sich selber ein gutes Umfeld, um diesen Lernerfolg einzubauen und das alles mitzunehmen.